Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich berühre dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir sind hier wieder in Springfield gelandet und heute geht es los mit dem Planet Hype. Ha, was ist das Planet Hype? Das Planet Hype ist ein Gebäude, was wir heute an unserem Hafen platzieren werden, denn den haben wir ja schon lange nicht mehr besucht, da müssen auch wieder ein paar neue Gebäude gebaut werden und du siehst schon, er hat mir das Ganze vorgebaut, also geht es gleich los. Hier vorne steht das Ganze. Kommen wir erstmal noch zum Anfang, erstmal zum Gebäude. Was ist das Planet Hype? Das Planet Hype ist ein Restaurant und kam in so ein, zwei Folgen vor. Eine blende ich dir mal ein, falls du das Ganze hier angucken möchtest. Die Simpsons sind da zwar nicht reingegangen, aber vorbeigegangen. Und das Planet Hype, was wir heute bauen werden, ist so ein kleiner Mix aus der Folge des Simpsons und natürlich aus der Spiel-App-Version, blende ich dir auch einmal ein. Wir gucken mal, ja, ist so ein kleiner Mix aus beiden, nehmen sich nicht sehr viel, also sie sind wirklich eigentlich relativ gleich. Ich wollte erst vom Planet Hype auch was anderes bauen für unseren Hafen und zwar war das ein Tourbahngeschäft, ich blende es einfach mal ein und dann irgendwie dachte ich mir, ha, der Tourbahn vorne am Eingang ist so blöd zu bauen, dann bin ich doch lieber erstmal zum Planet Hype gegangen und ja, hab mich einfach mal dafür erstmal entschieden. Ich find's auch relativ fetzig, so auch dieses Auto, was vorne drinsteckt. Soll das eigentlich wirklich da drinstecken oder ist damit irgendwas passiert? Hm, wer weiß das schon. Ich glaub, das muss man sich einfach mal in der Folge angucken. Ja, und jedenfalls dieses Gebäude wollen wir heute bauen. Ich weiß nicht, ob wir es in einen Teil fertig kriegen, ansonsten wird es natürlich in zwei Teile aufgeteilt. Und ja, so, dann würde ich sagen, das ist das Gebäude, wird natürlich in der Farbe und alles sich verändern und ja, mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Außer natürlich, wir gehen an den Hafen und dann können wir hier schon mal loslegen. Ich hoffe, du hast dir das ganze auch schon vormarkiert. Nein, hast du nicht? Na, macht nix. So, ich würde sagen, legen wir los erstmal wie immer an unsere Kiste an und holen uns einfach mal unser Blockmaterial raus. Ich würde sagen, die erste Reihe ist natürlich hier erstmal wieder ins Inventar zu holen. Zack, super. So, denn wir brauchen uns für den Anfang ganz einfach gesagt hellblauen Beton, denn einmal türkise Glasscheiben und hellblaue von den Glasscheiben kannst du hier immer deine Lieblingsfarbe nehmen. Aber ich empfehle einfach mal, nimm mal türkis und blau ist so vom Original sehr gleich gehalten. So, dann holen wir uns auch blauen Zement raus, denn einfach mal Stein, Ziegel, davon nochmal die Treppen und Stufen, denn holen wir uns auch rote Sandsteinstufen und Treppe. Wenn wir das Ganze dann haben, geht's los und zwar erstmal mit dem blauen Beton, denn das ganze Gebäude besteht daraus und das heißt, wir fliegen. Ich würde euch einfach raten, an das letzte Gebäude, was ihr euch am Hafen gebaut habt, lasst da mal so etwa so drei oder vier Blöcke Platz, denn wir bauen ja noch ein Dach rauf und das heißt, das wird dann am Ende noch erweitert um einen Block, also so an sich so zwei, drei Blöcke Platz lassen, dann passt das Ganze. Ihr könnt das natürlich auch aneinander ranbauen, wie ihr euch das immer gerne machen wollt. So, ich würde sagen, ich fange an, einfach mir erstmal hier eine gerade Reihe zu ziehen und zwar ganz einfach mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, also zehn Blöcke setzen wir erstmal gerade lang. Achte noch drauf, dass du vielleicht, wenn du hinten eine Wand hast, so zwei Blöcke Platz lässt, weil das Gebäude geht noch zwei Blöcke nach hinten. So, also danach ziehen wir dann auf der Rückseite. So würde ich mal sagen, einfach mal zur Seite weg, noch eins, zwei, drei, vier Blöcke. Auf der anderen Seite können wir es auch nochmal machen. Eins, zwei, drei, vier. Super. So, wenn wir das Ganze haben, sind wir auch immer noch auf der Rückseite und setzen einfach schräg davon einfach mal so ein Viereck hin. Danach setzen wir einfach mal zur Reihe hier weg. Würde ich mal sagen, noch eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke. Machen wieder einen Vierer hin. Dann setzen wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Blöcke hin. Auf einmal sind es sechs. Dann machen wir wieder einen Vierer hin. Und dann nochmal eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke hin. Und wieder einen Vierer. So, danach geht es dann hier, wo wir aufgehört haben, wieder einmal nach vorne. Da setzen wir dann eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke hin. Danach setzen wir einen hin und den ziehen wir noch nach vorne, also nach außen. Dann wieder eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke hin. Und dann wieder so einen hin und wieder einen so nach draußen. Dann lassen wir drei Blöcke Platz, setzen einen hin, drei Blöcke Platz lassen, einen hin, drei Blöcke Platz, einen hin. So an sich, dass wir hier so ein kleines Viereck haben. Bei dem setzen wir dann einen, so sage ich mal, nach oben. Oder wohl lassen wir offen und setzen einfach einen so schräg hin. Und den können wir dann einfach mal, müssen wir jetzt nicht zählen, den können wir einfach mal hier gerade langziehen bis hier zu unserem Anfang, wo wir, sage ich mal, ja, hier das gezogen haben, einfach bis zur Ecke hin. Wunderbar. So, wenn wir das Ganze denn haben, würde ich mal sagen, können wir jetzt erstmal diesen Anfang hier auf eine Höhe von zwei ziehen und an den Seiten jeweils machen wir nochmal drei Blöcke Ecks rauf, dass wir hier vorne zwei frei haben. So, wenn wir das haben, geht es weiter. Und zwar kommen wir jetzt zu unseren großen Vierern hier. Die müssen wir auf eine Höhe von insgesamt, würde ich mal sagen, erstmal, ja, sagen wir mal vier Blöcke. Bei diesen Einzelnen hier setzen wir das Ganze auch auf eine Höhe von insgesamt vier, so wie wir das Ganze haben. So, bei dem machen wir das auch nochmal. Okay. Hier bei diesen Einzelnen, die wir hier vorne so haben, dass es hier, sage ich mal, eine so Vierecke geben soll, machen wir insgesamt nur zwei weitere Blöcke rauf, also auf eine Dreierhöhe insgesamt. So. Kommen wir jetzt hier zu unserer geraden Reihe. Hier können wir natürlich nicht sehen, wie hoch soll das Ganze sein. Hier machen wir einfach mal, ich würde einfach mal sagen, machen wir drei Blöcke hier hin. Das Ganze machen wir auf eine Viererhöhe. Können wir ruhig machen. Und dann fliegen wir hier zur anderen Seite hin und beim letzten Block hier setzen wir das Ganze auch auf eine Viererhöhe. Okay. So, wenn wir das Ganze haben, können wir jetzt schon anfangen, so ein kleines Dach zu machen. Und zwar würde ich sagen, machen wir das hier Ganze schon mal zu. Wir fangen hier einfach mal an der Seite an. Können wir einfach hier ransetzen und dann können wir das Ganze hier einfach mal rüberziehen zur anderen Seite. Zack. Dann machen wir das Ganze hier erstmal ein bisschen nach vorne an die Kante ran. Okay. Dann gehen wir einfach hier rauf und setzen hier natürlich auch noch mein Dach ran. Das können wir hier auch wieder gerade langziehen zur jeder Seite. Okay. Super. So, jetzt kann man sich hier entscheiden, lässt man das Ganze glatt. Ich weiß ja nicht, man sieht es nicht genau in der Folge. Ich würde sagen, da machen wir noch ein Dach rauf und machen das Ganze einfach hier so, zack, so einmal noch überstehend. Rundet das Ganze ein bisschen ab und lässt es nicht so ganz glatt sein. Man kann das Ganze auch hier etwas tiefer machen oder eben lasst es einfach komplett glatt und macht da, weiß ich jetzt, denke ich mal, Bänke hin oder baut es halt einfach an Gebäude ran. Ne, müsst ihr mal gucken. Jo. So, wenn wir das Ganze denn, ups, hier geschafft haben, würde ich mal sagen, bleiben wir hier vorne an unserer Ecke und machen jetzt hier einen fünften Block wieder rauf. So, diesen fünften Block können wir einmal bis nach hinten wegziehen. Hier führen wir auch gleich unseren Vierer aus und jetzt immer beim Vierer setzen wir einfach hier an der Seite ein hin. Ich ziehe das Ganze einmal schon mal rüber bis zur anderen Seite. Plupp. Und können hier unsere Vierer vorne wieder zumachen. Weil das, ich weiß jetzt nicht genau, was das jetzt hier auf der Seite sein könnte. Es könnte zum einen Fenster sein oder an sich ganz normale Wände von der Serie und von den Gebäude aus der Spiele-Hab ist die Rückseite nicht vorgegeben. Also, ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt Wände sind. Also, einfach so zu oder ob da Fenster sind. Da können wir es noch offen lassen. So, mal gucken, wie wir das Ganze machen wollen. Ich würde sagen, erst mal mache ich die ganzen Wände hier zu. Und beim Einrichten kann ich ja immer noch sagen, mache ich jetzt Fenster hin oder nicht. Werden bestimmt Fenster hinkommen. Ich denke mir hier so, ja, so ein Ausblick hier zur Stadt ist natürlich auch cool. So ein Wasser ist natürlich besser, aber warum sollten wir nicht mal unsere Hochhäuser hier auch zeigen dürfen. Aber ich würde sagen, einfach jetzt, bevor wir einrichten, machen wir einfach die Wände hier zu. Dann, ja, direktieren die uns nicht einfach erstmal. Okay, wenn wir das Ganze denn zugemacht haben, kommen wir jetzt hier einmal zu der anderen Seite. Hier werden die Wände natürlich nicht zugemacht. Hier haben wir dann auch wirklich zwei Fenster, aber wir können hier erstmal noch die fünfte Schicht oben langziehen, auch einmal gerade hier rüber. Plupp. Und bei denen lassen wir das Ganze einfach mal hier so, so wie es ist. Obwohl, hier machen wir nochmal den vierten weg. Ja, hier machen wir nochmal den vierten weg. Ja, ansonsten den können wir hochziehen. Weiter geht es hier. Ich musste nochmal kurz bei unserem Vorbau gucken, denn ich habe nicht jetzt, ja, ich habe gerade den Faden verloren, wie es hier weitergeht. Also, wir machen jetzt hier, sage ich mal, nochmal eine Schicht einfach vorne ran, dass es hier einfach glatt alles angekantet ist. Also zack, einmal so angeschnitten. Danach nehmen wir jetzt einmal unseren blauen Zement, denn jetzt machen wir hier vorne unseren Eingangsbereich schon etwas wieder weiter. Das heißt einfach mal, wir setzen jetzt hier einfach blauen Zement drauf. Das Ganze ziehen wir noch viermal weiter nach vorne, dass wir insgesamt fünfmal das Ganze haben. Wir können einfach so richtig mal sagen, ja, können wir ruhig hier auf den Säulen einfach alles mit blauem Zement machen und lassen es vorne auch immer so fünfmal überstehen. So, dann müssen wir es zu jeder Seite machen. Okay, können wir nochmal prüfen, haben wir auch, genau, fünf. Okay, wenn wir das Ganze dann haben, setzen wir einfach mal hier drauf, immer so, dass wir in der Mitte dann einen frei haben, einen blauen Zement drauf. Hier in der Ecke machen wir wieder einen, zack, zack, immer so einen freilassen. Hier in der Ecke machen wir wieder einen und dann hier immer so hinsetzen, genau. So, auf der Rückseite hier machen wir nochmal alles zu mit blauem Zement, dass wir auch von draußen denn da nichts mehr sehen. Und jetzt fällt mir gerade auf, wenn wir jetzt, sage ich mal, jetzt hier den Eingang machen, nehmen wir nochmal blauen Zement und machen doch lieber hier drüber blauen Zement hin, denn da kommen ja natürlich unsere Türen. Das sieht natürlich jetzt, glaube ich, doof aus, wenn wir da den Dunkelblauen haben. Ja, machen wir lieber so. Okay, wenn wir das Ganze denn so haben, fliegen wir jetzt hier auf dieser Seite hin und können das Ganze auch auf die gleiche Höhe machen. Wenn wir das jetzt hier haben, hier auf der anderen Seite haben wir das schon und können das Ganze dann natürlich auch hier miteinander verbinden, dass wir hier ein Fenster haben von drei insgesamt. Okay. So, wenn wir das Ganze dann erstmal so haben, würde ich sagen, bevor wir jetzt mit dem Dach anfangen, machen wir erstmal das Ganze Glas verbauen. Ja, würde ich mal sagen, verbauen wir jetzt mal das Glas. Wir nehmen dann erstmal unsere türkisen Glasscheiben, denn das sind unsere Fenster. Können wir natürlich hier schon einmal verbauen. Dann haben wir schon mal das Glas an sich verbaut in dem Fenster an, kommen jetzt natürlich unsere Türen ran. Türen relativ einfach. An den Seiten machen wir einfach mal unsere türkisen Glasscheiben hin und mit den hellblauen machen wir einfach die Griffe der Tür. Sieht natürlich jetzt so, glaube ich, ein bisschen bescheiden aus, wenn man die einfach so lässt. Ich möchte gerne, dass diese Tür aufgeht. Von daher mache ich einfach mal, dass das hier so ein bisschen nach draußen geht. Ich mache dann hier natürlich mal das nochmal weg. Das Glas dann ja nur diese Türgriffe darstellen. Man kann auch natürlich Eisengittern, Zäune oder sonstige Sachen. Das verbindet sich. Ja, warte mal. Dann machen wir das so einfach. Okay, so, dann sieht das halt so aus, als ob die Tür auf ist. Man kann das natürlich mit jeder Seite machen oder man sagt sich so, nein, bei mir soll das nicht auf jeder Seite auf sein. Ich möchte gerne die anderen einfach nur zumachen. Dann macht das auch einfach nur zu. Natürlich dann einfach nur in der Mitte einmal das blaue Glas setzen, weil das soll immer so ein bisschen der Türgriff darstellen. So, machen wir die Seite auch nochmal. Man kann den Boden natürlich dann auch noch verändern. Aber ich sage mal ganz einfach, bei mir ist der Boden jetzt hier auch nur eine Stufe. Und da muss ich mal gucken, wie das schon zu machen. Ich werde vielleicht wieder mit Teppich arbeiten. Naja, gucken wir mal. So, ich habe mir hier wieder mein Glas verdattelt. Ah, jetzt passt wieder. Okay. So, dann haben wir diesen Schritt auch erstmal geschafft und können jetzt mit unserem Dach anfangen. Wir nehmen nochmal unseren blauen Beton zur Hand und ich würde sagen, wir fangen auf welcher Seite an? Ich würde sagen, auf der Vorderfront. Ja, fangen wir hier auf der Vorderfront einfach mal an. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier vorne eine gerade Reihe hin, die auch über diese Lücken steht. Das ist dann eine Länge von insgesamt sieben. Hier lassen wir dann auf der Vorderseite dann nochmal fünf überstehen. An den Seiten halt immer einen überstehen lassen und dann an sich so nochmal zur Seite weg. Ja, gut erklärt. So, das Ganze wird dann einfach mal bis nach hinten weggezogen. Da schneiden wir das einfach gerade hier an unseren Betonklotz an und können das Ganze dann auch nochmal rüberziehen bis zur anderen Seite. Na ja, das Ganze auch nochmal einmal bis nach vorne weg. Okay, jetzt können wir das Ganze hier auf eine Breite von drei Blöcken insgesamt machen. Drei Blöcke. Das Ganze machen wir hier auch nochmal. Also das heißt, hier setzen wir dann nochmal zwei Blöcke rein an. Zack, und noch einer. Okay. So, jetzt haben wir an sich hier eine Dreierbreite, hier eine Dreierbreite. Dann kommen wir nochmal vorne zu unserem Eingang. Der sieht natürlich noch ein bisschen bescheiden aus. Also wir haben vorne an sich eine Fünferbreite, die einmal übersteht. An den Seiten dann jeweils machen wir ein und nochmal ein. Und beim zweiten Einer gehen wir einmal komplett gerade nach hinten. So wie ich es gerade eben schon erklärt habe mit der anderen Seite. Ich hoffe, jetzt ist es glaube ich logisch. Und ja, so machen wir einfach das Dach und das Ganze machen wir einfach zu. Okay, so haben wir dann schon mal das Dach zu und können jetzt weitermachen. Also jetzt geht es natürlich jetzt hier um unsere offene große Stelle, die wir noch haben. Wir fangen ja jetzt mal vorne an der Seite an und können das Ganze auch erstmal hier begradigen. Zack, das alles jetzt mal auf der gleichen Ebene ist. Dann fangen wir einfach mal, wir gucken mal, wir hatten ja sag ich mal hier drei drei Blöcke hingesetzt, dass die Wand halt drei Blöcke ist. Bei dem Block hier, wo das Fenster sich aneckt, gehen wir einmal nach oben hin und setzen hier einfach mal eins, zwei, drei, vier Blöcke hin. Und, ich glaube, das ist irgendwie doof erklärt, was macht man es anders. Wir setzen hier einfach mal eine Reihe hin bis nach hinten weg, wo wir, sag ich mal, ja, wo wir hier an sich noch diese Dreierbreite haben. Und dann machen wir einfach mal hier wie so eine Pyramide gehen wir hoch, nur dass wir von der einen Seite halt wie eine Pyramide machen oder wie eine Treppe halt. Gehen wir hier nach oben, nach oben, nach oben, bis wir hier oben ankommen und irgendwann nur noch mal eins, zwei, drei, vier Blöcke haben. Und so lassen wir das Ganze denn. So, was wir dann natürlich hier einmal auf der Seite machen, machen wir auch nochmal auf der anderen Seite. Einfach hier, zack, setzen wir einfach eine Reihe hin, bis nach hinten hin, dass wir halt hinten und an der Seite halt drei Blöcke haben. Sieht jetzt so ein bisschen doof aus hier, weil es blau ist. Also an der Seite und hinten drei Blöcke platz lassen. Dann können wir hier einfach wie so eine Pyramide das Ganze hochziehen. Sieht das Ganze natürlich jetzt, sag ich noch bescheiden aus. Das müssen wir natürlich hier einmal hinten noch zuziehen. Einmal zugezogen sieht das Ganze dann natürlich so aus. Und dann fliegen wir nochmal auf die Vorderseite. Wir müssen natürlich das Ganze hier auch nochmal zumachen, denn hier haben wir natürlich kein riesiges Fenster, sondern einfach nur eine, ja, eine Wand. Weiter geht's, denn würde ich mal sagen, erstmal noch ein bisschen zum, ja, würde mal sagen, zum Verkleiden. Denn in der Folge der Simpsons oder allgemein auch bei der Spiele-App ist nicht so richtig, sag ich mal, diese Seitenansicht hier zu sehen. Ob das Ganze jetzt einfach gerade glatt ist, so wie auf der anderen Seite oder ob das Ganze auch hier so eine Schräge hat. Ich würde sagen, wir machen hier einfach mal eine Schräge rein. Du kannst das Ganze natürlich auch so lassen, wenn du meinst, ey, das sieht nicht so gut aus. Also, ich fange jetzt einfach mal an, hier von der Seite nochmal hier eine Reihe hochzuziehen. Achtet darauf, dass ich hier oben drei Blöcke, die ich noch frei habe. Dann kann ich mir das Ganze hier einmal bis nach hinten wegziehen. Das ist aber hier, wo, nee, ich mache hier einfach mal einfach gerade ran. Ja, mach hier einfach mal. Also mal gerade ran. So, dann mache ich es nochmal. Achtet darauf, jetzt wieder hier drei Blöcke zu haben. Jetzt ziehe ich das Ganze auch hier so hin. Ja, so in etwa. Dann kann ich mir, sag ich mal, sagen wir jetzt jetzt zwei noch frei. Mach hier einfach so ein bisschen das Ganze noch etwas höher. So, ich lasse vorne einfach mal frei. Das ist auch noch so ein bisschen Freigestaltung. Das Ganze sich hier noch so ein bisschen, das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Ja, also mal so ein bisschen dran fallen. Das Ganze sich halt so ein bisschen so hinziehen. Das sieht gar nicht mehr so schlecht aus, wenn man das Ganze so schräg verlaufen lässt. Ja, naja, gut. Ich würde das so lassen. Also man muss so ein bisschen dran fallen. Vielleicht macht man dann noch eine Schräge ran oder man lässt das Ganze einfach gerade glatt. Aber ich glaube, wenn man das so ein bisschen so abfeilt, dann sieht das Ganze doch besser aus. Auf der anderen Seite können wir es leider nicht machen. Da kommt ja dennoch unser riesiger Planet hin, wo der in den Namen da draufsteht. Aber ich glaube, so lasse ich das einfach mal. Okay, wenn wir das Ganze denn hier so ein bisschen verschrägt haben, geht es weiter einfach erstmal mit unseren Steinziegeln. Denn hier vorne sind noch solche, sag ich mal, Befestigungen dran, um das ganze Gebäude ein bisschen zu stabilisieren. Das heißt einfach, jetzt hier auf der Seite, wo wir diese Dreierwand haben, setzen wir auch wieder, wo unser Fenster ist, einfach hier mit Steinziegeln einmal bis nach oben hin. Dann fangen wir oben auch an. Ich würde sagen, wir machen oben erstmal so ein Viereck hin. was hier miteinander so verbunden ist. Dann ziehen wir das Ganze hier an der Seite einfach mal so ein bisschen runter, dass wir insgesamt hier nochmal zwei Löcher machen können. Also dass wir insgesamt drei Löcher haben, um ein großes Viereck und dann zwei kleine Vierecke. Dann machen wir unten auch nochmal so drei Blöcke insgesamt hin. Haben wir unten drei, dann hier so drei, dann haben wir hier so vier. Naja, haut schon hin. Auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. Achten einfach mal drauf, dass wir an der Seite drei Blöcke jetzt Platz haben und dann beim vierten setzen wir einen hin und setzen wir das Ganze einmal bis nach oben hin. Zack. Wir machen eigentlich das gleiche Prinzip, dass wir oben einfach mal darauf achten, dass wir hier einfach mal so ein Viereck uns ziehen. Danach ziehen wir das Ganze hier noch eins, so drei. Ups. Drei. Ja, sagen wir mal, vier Blöcke noch runter, obwohl sie sind jetzt vier Blöcke runter, dass wir hier natürlich dann hier auch wieder zwei Löcher haben. So, da runter dann nochmal ein, zwei Blöcke setzen, obwohl hier machen wir wieder die Striege weg. Naja, muss man auch so ein bisschen dran feilen. Also jedenfalls so etwa. Okay, wenn wir das Ganze dann haben, geht es weiter mit den Steinziegeln und Steinstufen, denn das Ganze müssen wir noch ein bisschen verfeinern. Ich würde sagen, hier oben bei unserem großen Viereck machen wir einfach mit Treppen das Ganze ein bisschen kleiner, dass wir die Treppen hier, sag ich mal, so reinsetzen. So. Okay. Wenn wir das Ganze dann haben, würde ich sagen, setzen wir, also schlagen oben erstmal diese mittleren zwei Blöcke weg. Ich mache hier vorne einfach mal eine Treppe ran und hinten eine Stufe, denn hier ist auch so eine kleine Senke, weil da kann man das Ganze damit so leicht etwas darstellen. Machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Die zwei mittleren Blöcke weg, vorne eine Treppe ran, dann eine Stufe und dann passt das Ganze. So, jetzt habe ich so ein bisschen mir noch überlegt, sieht das Ganze noch so ein bisschen doof aus. Ich möchte das Ganze mir noch ein bisschen verfeinern. Das heißt, hier unten oder warte mal wo, ich mache jetzt hier einfach mal Stufe oder Treppe. Es ist immer so die Frage, was man sich da gerne machen möchte. Ich würde sagen, wir machen dann mal mit Stufe hier noch was hin. Hier würde ich mal einfach eine Treppe hinmachen und das Ganze mir so ein bisschen, ja, das sieht doch besser aus. Ja. Ja, ich erkläre heute wieder super. Ja, man muss noch ein bisschen dran feilen, aber man kriegt es hin. So, ich würde sagen, ne, mache ich hier noch eine Stufe hin. Hier mache ich auch noch. Zack. Okay. Obwohl das sieht doof aus. Warte mal. Sieht alles doof aus. Wir machen einfach Blöcke. So, wir müssen ja nicht übertreiben, wir machen einfach Blöcke hin. Bei den zwei kleinen Löchern lassen wir einfach mal so. Das passt dann von der Größe her. Ich will mich jetzt aber auch mal fragen, was wäre, wenn wir jetzt einfach mal das Ganze mal so groß machen, aber so ist ja schon wieder kein Viereck mehr. Na, das ist Quatsch. Ja, wir lassen es einfach so, wie es war. Man muss ja nicht unbedingt immer dran rumfuschen. Ne. Jo, lassen wir das ganz einfach so. Dann nehmen wir uns unsere roten Sandsteintreppen mal zur Hand und können hier einfach mal oben eine Verbindung machen mit den roten Sandsteintreppen. Dann nehmen wir davon nochmal die Stufen zur Hand und setzen einfach mal unten bei unserem Fenster nochmal hier drüber, das können wir ja ruhig alles miteinander verbinden. Dann machen wir die roten Sandsteintreppen hier so eine Reihe lang bis zur anderen Seite hier. Wunderbar. So, dann werden wir damit auch durch und können dieses Blockmaterial erstmal weg tun. Unsere nächste Aufgabe ist jetzt schon ein bisschen Dekoransatz. Und zwar machen wir jetzt das Auto rein, was vorne in der Wand steckt. Das heißt, wir müssen erstmal unsere Blockmaterial uns wieder zusammenholen. Für das Auto brauchen wir nicht unbedingt so viel und daher passt das alles auch in eine Hand rein. So, wir holen uns einfach mal rosaen Beton raus, schwarzen Beton rauchen wir uns raus, denn Pupurtreppe, ein Steinschalter, eine Akazienschalter, denn eine Pupure Stufe und eine Schwarz-Eichen- Schwarz-Eichen-Holster. So. Okay, wenn wir das ganze Blockmaterial zusammen haben, geht es los und zwar erstmal mit dem rosaen Beton. Wir richten uns nach unseren Befestigungen hier, hier hatten wir ja drei Löcher reingehauen. Bei der Mitte dieses Loches richten wir uns hin, achten wir drauf, dass wir einfach zur Seite 1, 2, 3, 4 Blöcke haben, setzen wir dann einfach mal drei Blöcke hin. Hier auch nochmal, einfach drauf achten, dass wir dann hier vier Blöcke noch Platz haben. Wenn das der Fall ist, setzen wir hier nochmal zwei weitere Schichten einmal ran und jetzt fällt mir auf, ich habe einen Block vergessen. Zack. Denn wir brauchen noch die Steinstufe. Ich weiß nicht, warum ich die jetzt vergessen habe. Naja, die Steinstufe wollen wir uns noch raus. Die platzieren wir einmal unten hin, denn setzen wir einfach mal in der Mitte auf jeder Seite nochmal unseren schwarzen Beton, wie der weiß, was es ist, und zwar der Reifen. Da können wir auch gleich die Felge reinsetzen. So, dann ist das Ganze schon mal fertig. Okay, jetzt kommen wir beim Auto an so ein bisschen die Verkleidung hin. Da setzen wir einfach die Pup und Treppen einfach mal in der Mitte so nach hinten weg. Da nochmal eine umgedrehte ran und dann können wir hier in der Mitte nochmal eine Stufe hinsetzen. So, jetzt setzen wir einfach hinten noch hier die Rücklichter ran und können noch mal sagen, zack, ich muss hier kurz eine kleine Stufe unten hinsetzen, denn sonst können wir das Soundtor hier nicht platzieren, noch den Auspuff ran und fertig ist das Auto, was in der Wand steckt. Denn würde ich sagen, gehen wir wieder an unsere Kistraden und gucken mal, was holen wir uns jetzt hier raus. Ich würde mal sagen, wir nehmen erstmal das hier raus, dann haben wir das schon mal weg und zwar holen wir uns einfach mal gelben Beton und Eisengitter raus. Denn mit den Eisengittern und den gelben Beton würde ich mal sagen, fliegen wir hier oben auf unser Dach auf und da ist noch so eine kleine Funkantenne, das ist auch so ein kleines Dekostück. Da können wir einfach mal willkürlich, da gibt es jetzt kein Maß für, hier einfach mal so ein bisschen den gelben Beton und setzen so ein bisschen. Ja, sollte schon wie kühlig sein. So, ich habe da hinten einfach, ganz einfach hier nur so gemacht, dann sollten wir einfach so zwei Blüte Platz gelassen. Gehen wir vorne so ein Dreier hin, dahinter einfach ein Fünfer, nochmal ein Fünfer und dann zu einer Seite habe ich nochmal ein Block mehr gemacht. Einfach mal so ein bisschen, hat mir gut gefallen, darum habe ich es so gemacht. Ja, jedenfalls setzen wir da auf, denn Eisengitter. Zack. Sollten Sie sich jeweils immer gegenseitig angucken, denn macht das Ganze auf eine Höhe von insgesamt zwei, denn hier bauen wir jetzt so eine kleine Antenne hin. Zack, die Mitte dann einmal miteinander verbinden und dann machen wir hier nochmal einen rauf. Ein oder, ups, ach so nicht. Oh, zwei. Ja, machen wir zwei immer. Ja, und das lassen wir einfach so, dass so eine kleine Funkantenne, die da oben platziert ist. Genau. So, dann können wir das natürlich einmal wieder weg tun und gehen wieder in unsere Kiste ran, denn jetzt holen wir uns noch das letzte Blockmaterial raus für unseren Planeten, der sich ja da oben dreht. So, und dafür brauchen wir nichts anderes als Bruchsteinmauer, denn den Beobachter, ich fand den Block eigentlich jetzt am besten, da gibt es auch noch freie Wahl, da kannst du dich noch selber orientieren, was du gerne nehmen möchtest. Das siehst du gleich, wenn ich die Zeige, wofür wir den brauchen. Denn nun muss noch blauen Beton raus und türkisen Zement, also jetzt mal einen anderen Zement noch, dennoch roten Sandstein und davon nochmal die Stufe. So, wenn wir dann das ganze Blockmaterial fertig haben für unseren Planeten, geht es los erstmal mit dem Beobachter. Und dann fliegen wir einmal auf der Seite, denn wir müssen jetzt unser Mars rausfinden, das ist relativ schnell gefunden. Und zwar beim ersten Fenster hier haben wir natürlich eine Fünferbreite. Hier bei der Fünfermitte, zack, gehen wir hier so einmal da oben, wir können uns das Ganze hier einmal kurz markieren, wo haben wir die Fünfermitte, da, zack, markieren uns das Ganze mal. Dann suchen wir von unserem Dach die Mitte, das wäre jetzt hier vorne, hier haben wir auch in Fünfer, können wir gucken, zack, passt das Ganze. Okay, wenn mir das Ganze dann passt, setzen wir den Beobachter einmal so nach oben. So, darauf setzen wir dann einmal Buchsteinmauer und dann mache ich darauf nochmal einen Beobachter. Weil ich glaube, jetzt sehe ich sein Gesicht, das Gesicht möchte ich nicht gerne sehen, von daher muss ich nochmal einen höher setzen. Ich habe jetzt alles kaputt gehauen. Nochmal. Warte, so, zack. So, ich möchte das Gesicht nicht gerne sehen, von daher mache ich das hoch. Aber da kannst du auch jeden anderen Block nehmen, was dir so gefällt. Das ist einfach jetzt nur die Halterung für unseren Planeten. So, und dann nehmen wir einfach mal unseren hellenblauen Beton, denn der Planet hat leider die gleiche Farbe wie das Gebäude. Du kannst natürlich jetzt auch ein anderes Block Materie gerne nehmen, wenn du möchtest. Aber ansonsten machen wir erstmal hier eine 9er Fläche insgesamt drauf. Wenn wir die 9er Fläche aufgemacht haben, setzen wir einfach wieder Seite, der 3er Seite, nochmal eine weite 3er an. So, denn ich habe mich hier jetzt für eine richtig leichte Kugel entschieden, die man eigentlich relativ gut nachbauen kann. Und zwar setzen wir jetzt einfach mal so schräg davon weg auch nochmal einen 3er hin. Darauf setzen wir nochmal 1, 2, 3, weitere Blöcke rauf. Insgesamt haben wir jetzt hier 4. Und bei jeder Seite setzen wir auch nochmal so 3 hin. Also eigentlich die Bodenfläche, die wir haben, setzen wir nochmal auf jeder Seite hin. Am Ende haben wir dann natürlich eine Kugelform. Machen wir hier auch nochmal erstmal so einen 3er so schräg davon hin. Dann nochmal 1, 2, 3 weitere Blöcke rauf. An den Seiten. Hier wird jetzt nochmal einen 3er hinsetzen. Und dann oben nochmal einen. Das machen wir bei den anderen 2 Seiten auch nochmal. So, wenn wir dann noch die anderen 2 Seiten auch noch gesetzt haben, sieht das Ganze natürlich erstmal so aus. Wir können natürlich hier oben einmal noch das Ganze auch nochmal raufsetzen. Ist eigentlich gleich das Prinzip wie die Seiten halt. Wir machen jetzt einfach jetzt hier so eine Mitte, so eine 3er hin. Und dann hier auf der Vorderseite und Rückseite mache ich auch nochmal einen 3er hin. Zack. Und verbunden ist das Ganze. Und das ist natürlich jetzt unser Planet. Wir können natürlich jetzt hier noch diese freien Flächen nochmal zumachen. So, dann haben wir unseren Planeten an sich ja schon fest fertig. Also jedenfalls ist es ja schon mal eine Kugelform. Und als nächstes nehmen wir jetzt noch türkisen Zement. Denn bei unserem Planeten sind noch so ein paar kleine Krater. Da würde ich sagen, stellen wir das Ganze so ein bisschen mit dem türkisen Zement dar. Du kannst da einfach so willkürlich irgendwo ein paar Löcher reinhauen. Der Planet hat an sich so 3 Krater. Da mache ich einfach mal so seitlich hier gesetzt. 3 hin. In der Folge des Simpsons sah man auch also in der richtigen Folge oder nicht jetzt bei der Spiel-Live sah man unten auch noch welche. Aber unten ist jetzt ein bisschen so doof gemacht, weil wir ja noch so einen Ring bauen. Und da mache ich das Ganze einfach nur oben drei Löcher hin. Ansonsten könntest du hier unten auch noch irgendwie so ein paar Krater-Einschläge hinsetzen. Okay, ansonsten würde ich sagen, legen wir los mit unserem Ring, der ja unser Planeten ist. Dabei nehmen wir einfach mal unsere rote Sandstein-Stufe zur Hand und fliegen einfach mal auf die Vorderseite hin von unserem Gebäude. Da suchen wir einmal hier die Mitte platzieren da einfach mal eine Stufe hin und unter dieser Stufe machen wir noch eine Stufe hin. An sich ist es natürlich jetzt kein Block. Jetzt nehmen wir natürlich den roten Sandstein-Block und setzen an den Seiten jeweils immer an die Stufen ran nochmal zwei Blöcke. So. Wenn wir jetzt nach oben gehen, setzen wir einfach nochmal da ran einen Block und nochmal hier zur Seite einen weiteren Block. Dann gehen wir drei Blöcke so schräg nach oben und hier auf der Rückseite habe ich mir das Ganze schon vorgezogen, um zu gucken wie das Ganze nochmal aussieht mit diesem Block. Ja. Okay. Sonst gehen wir nochmal auf die Seite wo wir angefangen haben und da platzieren wir einfach mal auf der nächsten Seite einfach hier in dieser Ecke einen Block hin und dann zur Seite nochmal einen hin. Dann hier einfach auf der freien Fläche machen wir auch nochmal Treppe werden. So. Und das ist der Ring der um unseren Planeten geht. Man kann das Ganze auch noch ein bisschen optisch verfeinern. Ist dann so eine kleine Gespielsache wie man sich das Ganze halt verfeinert. Da nehmen wir einfach mal Sandstein-Stufe und dann holen wir nochmal eine Treppe raus falls du das Ganze gerne machen möchtest. Ansonsten kannst du es natürlich jetzt so lassen wie es ist. Und zwar nimmst du einfach mit den Treppen und Stufen auch so ein bisschen rumspielen. Weil wir fangen jetzt einfach mal hier auf der Seite an. Mach jetzt hier einfach mal eine Treppe hin und dann mache ich das Ganze, dass der Ring noch ein bisschen dicker ist. Setze hier einfach mir immer so ein bisschen hin. Hier mache ich jetzt auch wieder eine Stufe hin. Hier eine Stufe hin. Dann würde ich mal sagen, mache ich jetzt hier drauf nochmal eine Stufe, dass nur das Ganze halt nicht so komplett schräg so nach oben geht. Dann lasse ich das Ganze mir jetzt hier so. Hier auf der anderen Seite hier mit einer Stufe wieder runter. Mach Stufe, Stufe. Ich würde sagen, hier auch noch eine Stufe. Auf der Rückseite eigentlich gleich so, wie ich angefangen habe. Stufe hin. Dann würde ich mal sagen, mache ich hier einfach mal eine Stufe weiter runter. Stufe. Jetzt würde ich sagen, mache ich hier mal eine Treppe hin. Stufe, darunter auch wieder so eine Stufe, dass es wie so ein Block aussieht. Das sieht eigentlich ganz schlecht aus. Dann mache ich hier einfach zwei Stufen hin. Auf der Seite, da weiß ich jetzt nicht so, ob man jetzt oder... Ich mache jetzt erstmal Stufen hin. Ich finde das irgendwie doof, wie das hier aussieht. Warte mal, wir machen jetzt mal die andere Seite nachziehen. Dann können wir uns hier noch entscheiden. Warte mal, jetzt machen wir jetzt mal hier das Gleiche. Was haben wir hier gemacht? Eine Stufe unten hin. Dann machen wir hier eine Stufe, Treppe, Stufe, Stufe. An sich ist ja kein Block. Was haben wir hier gemacht? Zwei Stufen. Das haben wir jetzt natürlich hier noch offen. Jetzt kann man sich natürlich streiten. Was wollen wir hier machen? Wollen wir nach unten gehen, nach oben? Wir machen hier einfach mal eine Treppe dahin, eine Treppe dahin und eine Stufe in der Mitte. Wie sieht das aus? Der sieht gut aus. Können wir das so lassen? Ja, lassen wir so. Okay, wenn wir das Ganze dann so haben oder so anders, du kannst dir natürlich da ein bisschen rumspielen, wie du das Ganze gerne machen möchtest, können wir denn das ganze Blockmutter jetzt mal weg tun und sind fertig mit unserem Planeten. Als nächstes geht es natürlich auf die Schrift unseres Planeten. Da steht dann natürlich Planet Hype. Da gehen wir einmal in die Kiste dran. Habe ich mir die ganzen Banners schon gemacht. Falls du natürlich nicht weißt, wie man Banners sich craftet in Minecraft, verlinke ich dir einmal ein Tutorial unten in der Videobeschreibung. Da lernst du eigentlich, wie man das ganze Alphabet auf Banners macht. Ich sage immer, wenn man es einmal gesehen hat, dann weiß man es. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Einfach hier Planet Hype drauf zu schreiben. Naja, muss man ein bisschen so rumgehen und dann liest man hier natürlich Planet Hype. Ja, gut. So, und das ist natürlich jetzt unser Planet Hype. Da fehlen noch, glaube ich, aber ein paar kleine Deko-Sachen drauf. Warte mal. Denn vorne drauf sind noch ein paar kleine Lampen. Die habe ich mal schnell hingezaubert. Ich glaube, die muss man nicht gerade erklären. Einfach ein paar Eisengitter nehmen. Darauf dann ein paar Skelettköpfe natürlich so richten, dass man also das Gesicht natürlich nicht sieht von vorne. Und das sollen so ein paar kleine Scheinwörter noch darstellen, dass unser Planet Hype natürlich noch gut beleuchtet wird. So, und das ist der Laden. Den werde ich jetzt auch langsam anfangen einzurichten. Mal gucken, wie ich mir das Ganze mache. Wie gesagt, ich habe nur eine Stufenschicht. Von daher muss ich mit Teppich arbeiten. Oder mal gucken, wie ich das Ganze mache. Ich weiß noch nicht genau, wie das Ganze innen drin später aussehen wird. Da gucke ich mal. Und das Ganze siehst du halt im Teil 2. Der Teil 2 ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten war es das Ganze hier. Ich hoffe, dir gefällt das Ganze. Wir gucken mal, was wir als nächstes bauen. Ich überlege schon. Am Hafen, glaube ich, wird es erstmal nicht so richtig weitergehen. Da machen wir erstmal wieder was anderes in der Stadt. Aber ich glaube, das sprechen wir einfach mal an, wenn wir hier die Tour durch unser Planet Hype machen. Also, bis zur nächsten Folge. Haus 3, ne? Und tschüss. Haus 3, ne? Untertitelung des ZDF, 2020